Kann ich nicht sein, dass ich bei drei Minuten den Mittelkreis reintriffe. Servus Fans, da ist der Alex Schlager, Deuter vom FC Red Bull Salzburg. Und ich bin der Matthias Schwab, Goldspieler auf der PGA Tour. Wir haben uns heute für euch ein paar Challenges überlegt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Also Alex, die erste Challenge ist, wir schauen den Golfball von da in den Mittelkreis. Dann tauschen wir den Golfball mit dem Fußball aus und spielen zur Eckpfanne rüber. Dann tauschen wir wieder den Golfball ein und button von dort in das Eckpfannenbruch. Passt, das machen wir. Der Druck steigt, gell? Ja. Das ist leicht. Ja, Arme probieren, wenn ich schon dabei bin. Es kann ja nicht sein, dass ich bei drei Minuten den Mittelkreis reintriffe. Den nehm ich jetzt aber trotzdem. . . . Das war's. Wow! 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 Also die nächste Challenge jetzt, Lattenschießen, jeder von uns hat drei Bälle und wer hilft, dass die Latte trifft. Passt. 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 Passt.